Heidi 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 Deine Welt sind die Berge Heidi Heidi Denn hier oben bist du zu Haus Dunkle Tannen grüne Wiesen im Sonnenschein Heidi Heidi brauchst du zum Glücklich sein Heide 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 Komm doch heim Find dein Glück Komm doch wieder zurück Die sommer het voorbijgegaan en dit het eerst herfst geword en toe winter Een ochend het die eerste groot sneeuwvlokjes geval dit het die hele dag en die hele nacht lang gesneeuw en toe Heidi die volgende ochend opstaan was alles wit Soos die vorige jaar het sy weer gereeld uitgegaan om die wille dieren te voer sy het nie haar vriende van verlede winter vergeet nie Heidi, hoe komgrawe jy so diep gaat? Het is een gaie, my kan opa nog nie vertel nie Sjoeks warm Daar sy, ik denk hy is nog diep genoeg 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 nie, niemand zal het raak zien Heidi, kom nou, vertel my wat jy besig is om te doen Opas hulle nog zien Komm Joosef, komm hier naartoe Komm hier, sag die Wolfe, komm hier naartoe, Mann Komm noch nader, komm nader, Mann Wat ist es dann? Wie jy wat, jy is vreselik vervelig Komm ons kyk of ons jy toch nie aan die loop kan kry nie Toe kom nou Joosef, vang Jy is nou verveliger as wat ek gedink het Get jou lekker uit oorle, Joosef is slimmer as wat jy gedink het Ach, hy is nie slim nie, hy het maar net een goeie nees, opa Ah, daar kom Peter Hallo Heidi, maak gau jong Die keer gaan het werk uit niks achtergekom, je opa Goed, ek hou vir jou duim vast Hehehe, ek wil graag sy gezog sien Ek het een verrassing vir jou Werig, ach, wees my toe Hehehe Wat is dit? Ek sien niks nie Waar is dit? Jy moet soek Waarom lijk jy dan skier ook so bek af? Ek is nie Ik is nie bek af nie Ek het net gedank jy so'n skierig gewees, nie net so dom rondstaan nie Ek het een steenbok geseen, jy sal van hom gehoot Rarig, een steenbok hieronder Denk jy is nog dat, evers kom ons gaan soek om toe Ah Oh, nee Hoe luid die spreek word, as jy vir iemand andersse gaat graal, val jy self dan Ach Haha, was dit die verrassing gewees Haha Kom jy sam, ons kan al toe op die sleer rui Ja, mag ek my opa Nou, maar goed, waarom nie Dank jy om jy O, amper vergeet Die onderwijser het gesê, ek moet nie vergeet om jy die vorm te gee nie Tot ziens, opa Gaat ons Zorga je bij die huisjes, voor het donker wordt Ja, goed, opa Dit was een belangrike brief, wat die onderwijser uit Durvlieg gestuur het Hy het uitgerekend hoe oud Heidi nou al moet wees En toe het hy in Alm E geskryf Dat het tyd is dat Heidi school toe moet gaan So dat sy kan leer lees en skryf Wat? 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 Die Reise ist dadurch, ihr müsst weniger auf die Ecke rüben. Ihr geht in die Hübsche. Das ist die Hübsche. Das ist die Hübsche. Das ist die Hübsche. Nein, Peter. Das ist die Hübsche. Das ist die Hübsche. Komm! Ich werde hier auf. Das ist die Hübsche. Das ist die Hübsche. Das ist noch freie Lackete. Ja. Nee. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es vor ein paar Worte? Wie geht es? Wie geht es? Ja, wie geht es? Wie, jy, was ich hatte plan? Was denkt ihr davon ist, dass wir dort unter Reinen gehen und wir für Schnoekie? Nee, Mann. Warum hör ich immer die selbe Antwort, als ich euch etwas fragen? Oh, weil ihr immer die selbe Domgoed fragt, natürlich. Wir können nicht so sein, Toreine. Als ihr bei der Haus anstellt, dann soll ihr nicht morgen wieder zusammengehen. Ich will sie sehen. Das geht gut mit ihr, Heidi. Sie stehen in die Stall und schlafen. Komm! Nee, komm nicht zusammen mit euch nicht. Ich komm zusammen mit euch nicht. Heidi, wach für mich! Hey! Tun wir auf. Jy so gauw, als ich gedacht habe. Vielen Dank. Nee, was du mir? Was das die Heidi? Natürlich war das sie. Ich bin sicher als Heidi, Peter Rock. Was suchen die zwei hier in die Stadt in die Mitte der Winter? Ich bin sicher als diestadt Ist das da oder? Ich glaube, sie sind wir noch herkennen, Peter. Ich bin sicher nicht. Es ist so dunkel. Schuhe, ihr habt mich letztlich gekriegt. Hey, ich hab dich gekriegt. Vaar? Wo ist ihr? Schuhe, ich hab dich hier. Ach, Schuhe. Ich hab dich so auf dich verlangt. Ach, Schuhe. Ich muss sehen, dass du gut mit dem. Ich denke, sie wird schlecht behandelt. Aber sie wird noch nicht sehr groß geworden. Sie haben deshalb genug melk. Ich hab dich sehen, Schuhe. Es ist schön. Schuhe. Ich glaube, dass ihr groß wird. Als wir uns uns in die Lente wiedersehen, muss ihr viel größer sein. Moe nicht. Ich denke, ihr soll das niemals ausleeren. Ich weiß nicht, Schuhe, ich weiß nicht, Schuhe, denn es geht mich. Ich muss nicht kwaad sein, dass ich nichts für euch zusammenbringt. Schuhe, Schuhe. Ich muss nach Hause, Sie geht mich vor. Ich bin sehr stark. Ich bin sehr stark. ich mich noch nicht. Natürlich, Heidi. Ich kann euch nicht vergeben. Sie hat mich nicht auf die Bokke. Wir konnten uns mal gucken, wie wir da gehen. Wir haben sie nicht gesehen. Sie ist gesund, in der Friede und keine gute Melk. Und das habe ich an sie zu danken. Gehen wir mal, Hau. Ich bin eine dumme Frau Frau. Wir sehen uns wieder schnell. Wir passen uns gut auf. Aber natürlich, wenn wir sie nicht bekommen, ich will sie gut aufhören. Danke, O. Eine Schneeballgepech. Ich muss zusammen spielen, ich kann das auch tun. Eine, das war sehr... Nuzelig, ja, wees. Wat so. Eine. Eine, das ist ein Fressen. Eine, das ist jetzt. Neukumäine. Frau, ich komme zusammen. Frau, wir sind. Frau, wir sind. Frau, wir sind. Hier kommt die Bombe! Jetzt sind sie... Was suchen sie hier? Heidi, komm doch, Mann, das ist schon mal! Und jetzt? Wie kommt ihr auf? Hat ihr fast gefreut, oder was ist falsch? Sie sind die Heidi, die bei LMU bleibt? Ja, natürlich ist das ich! Ja, sie... Und komm, komm ihr dann die Skotas hier unter uns nicht? Ich? Die Unterweiser hat doch ein Brief zusammen mit euch gestehr. Ihr habt sicher ihr was verloren. Nee, ich habe das nicht verloren. Nee, ich habe das nicht verloren. Nee, ich habe das nicht verloren. Aber was muss ich in die Skotas kommen? Hoor ihr das? Oh! Was ihr heute in die Skotas? Nee, unglücklich nicht. Nee, hoekomme gelukkig. Ihr könnt ihr wieder los in die Skotas gehen? Hmm? Hat ihr wettet was in die Brief stehen? Nee, das war er nicht los. Mein Opa hat mir gelap nichts gesagt von Skotas gehen. Ja, das ist auch kein Wunder, sonst ist sie helemaal recht und sich ... Ja, ja ... Trek mir zurück! Huh? Ich sagte, trege er zurück! Woekomme, Tiff? All das ist ja alles, ist sie im Bleu in die Berg und die Herman mit einer Löwen getäusch! Das ist auch kein Wunder, nicht. Er lef immer alleine da, Bo. Er will nichts mit jemandem zu tun. Dann wird man so. Nein, ich weiß es nicht. Ah. Snacks? Ich denke, du bist auch ein bisschen Snacks. Hardy, sagst du uns ein bisschen die Alphabet auf? Was ist die Alphabet? Ist die Alphabet etwas Snacks? Die Alphabet ist nicht mehr. Jij ist... Lüster, als du noch die Alphabet hörst, uns das für dich leert. A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, 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 K, L, M, O, B, I, R. Oh! Wacht, wacht! Wacht. Wacht! Ist denn du zu vielfach an? A, 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 A,으, A, 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 A! Er, Der, Er, Der, Er, Wer, Er... Er, Er, Der, Er! doch Liberator! Denkst du auch aufschliern. Du weiterfragen, da padnbar. Du wieder dwelling zu Hause! Ich brauche, in den Jacob ist es, Ich bin Alphabet. Ich kann Cu ella rösaat mit Tae Obama. Mein Leben still an derº Events? Nein. Was ich meine形 an Ranger att physi green? Van? Denk Answer! Er hat mich noch nie gesehen, ich habe mich nie gesehen. Ich bin Contigo! Sie kommen schon zu uns nach... Die haben mich haltbar gemachten... song ich��? Ich habe mich ausgelagert. Was habe ich falsch getan, Peter? Ach, was gemeens behoorst, Kulto. Geh ihr nicht verweigert, Gott, glaube, mein. Warte, ein bisschen. Jetzt kannst du die Alphabet lernen, Peter. Begin mal zu. Was? Ich muss die Alphabet lernen? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss doch nicht so schnell nicht. Begin mal. A, B, C, D, E, F, G, G, G... Geh, G, 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 G... Hoe geht es weiter? Wie geht es nicht? G, G... Ach, was, niemand hat die Alphabet nodig. Wir haben das noch nicht für die Böckchen nodig. Ich bin nicht die Einige, die ich hier kenne. Komm, wir gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist da an die Gang, wovon ich nix spreche? Ja, siekereg, die Onderweiser hat ein Brief von Alme Ehe geschrieben. Das kann ich mal gelooset, Alme Ehe lees doch nie? Wie kiege soll ich das nicht lees, ob ich da von hou of nie? Ich kann nie vorbeikommen. Hi, hm, ich mache mich nuskierig. Hat ich das gelees? Was steht da an, sieh mich? Natürlich, ich. Ich muss von Heidi's School zu stehen, aber ich will wieder an die Verschonung. Mein Juni, ich kenne noch die erste Alphabet. Nee, das ist die Alphabet nicht. Ich ist auch duig davon, dass ich noch nie erst rechts von links kann unterscheiden. Ja, ich weiß, wo die Gevolge da von geht. Das ist ganz schlecht, weil ich noch nie ein Sondag in die Kerk gesehen habe. Ich kann nicht die Kind dafür blamieren. Die Oman geht auch noch nicht in die Kerk. Die Oman geht auch noch nicht in die Kerk. Die Oman geht auch von nichts besser. Wunder, ob sie ooit zaterer bat. Mein Juni wird elke zaterdag gebat und mit Seep afgeskop, ob sie will of nie. Nee, oh, ich weiß nie, ich weiß nie. Ich weiß vielleicht nie. Misschien hat sie luise. Ja. Das kann auch wees, aber ich glaube, mein Juni hat sie heute gesehen. Sie ist ein sehr schönes und mein Juni weiß. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie heute zu spüren. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich muss sie nun Einigen schauen. Ich hab mich noch nie ein Mal geschlUD. Die Tag habe ich sie fast gewonnen. Das kann ich aufwachen. Ja. Ich weiß immer, ich ist immer ein Mensch mit Raktien. Ich hab dich jetzt gemacht. Oh, ja, ja, nicht für dich. Wir sind ein Tschüss. Ihr ist ein sehr guter Platz. Er muss bei der Eikonschule steigen. Opa, ich ist zurück. Ich war ein Durm für Snoekie zu kreieren. Hier ist ich Opa... Ich habe viele Zeit. Ich habe alle Jasse gesetzt um dich zu suchen. Ich war bei Snoekie. Das geht gut, wir verkaufen sie nicht. Oh, ich bin froh, um das zu hören. Ja, und ich weiß, was ich noch? All die Zeit meld. Ah, das ist lecker. Ich weiß mir die Brief. Und in die Dorf hat die Menschen ein Brief gekriegt. Jetzt muss ich in der Schule gehen. Ah, dann weiß ich schon schon. Was ist falsch? Wie kommt, dass ich jetzt nicht kwaad? Wie kommt, hat mir nichts von der Schule gesagt? Omdat ich nicht gedacht habe, das ist recht. Was die Schule nicht? Ja, ich war. Aber diese Schule ist in der Dorf nicht. Und das ist eine andere Sache. Aber das ist nicht eine andere Schule. Und ich muss doch Schule gehen, opa? Jy geht nicht. Genug. Ich will nicht mehr hören. Wie kommt dann? Wie kommt? Wie kommt? Ich muss viel Zeit zu gehen um Schule zu gehen. Sie lernen die Kinder zu lesen und schreiben. Sie lernen nichts. Sie lernen sie nicht. Sie lernen sie lernen. Sie lernen ihre Leben zu werden. Sie lernen wir uns die Welt und die Büsche und wissen nicht. Sie lernen es nicht. Aber Ihnen sieht das noch. Ach, Opa. Dann muss Opa mein Leben lees und schreib. Opa, was wir in die Schule gewesen? Ich werde jetzt etwas machen, um zu essen. Ich war die ganze Zeit in die Varslucht. Ja, ich habe Hunger. To Heidi zusammen mit ihr Opa hat sie ein Abend zu essen, hat sie ihr Plan um die Schule zu gehen, und sie hat sie ganz vergessen. Sie vertel ihm, was sie die dag alles getan hat. Von Schnoekie, von die Melk, die Schnoekie geeft, und natürlich auch von die Schneeubalgevecht. Sie laat nichts aus, auch nicht, dass die Dorps sie ihn ausgelagert hat, und dass Peter die Alphabet nicht kennt. Sie vertel von die Groot Slee und die Koeiklok, und sie sie hat weniger als die Wind gerei. To die Schneeub smelt und es wieder Lente wird, hat sie Heidi und Jose wieder die Welt, und sie hat eine neue Aventure. Aber davon erzähl uns die nächsten Mal.